so hallo leute und willkommen bei slayser.io ich habe mich jetzt die letzten runden aufgeregt und wollte eigentlich ein normales video machen hallo leute und willkommen bei slayser.io wir sehen schon da paar leute der topliste wir versuchen heute auf die topliste zu kommen und wer das letzte video nicht gesehen hat das war ja eigentlich nur ein ankündigungs trailer dass ich einfach mal so ein bisschen lust habe auf slayser.io weil das einfach und wie spaßig ist wir wollen so ein großer wurm werden und ich zeige euch gleich auch wie man sich schön schnell punkte sammeln kann zum beispiel jetzt ganz schnell hier einfach alle punkte snacken und da haben wir schon die nächsten rum so hier alle punkte snacken und der wollte mich versuchen zu kriegen aber hat er nicht super hier haben wir ein paar punkte und da ist der grüne sieht doch ganz gut aus hier am besten hier noch schnell so ein bisschen rein snacken ein bisschen snacken ein bisschen snacken ein bisschen snaky sein war knapp war knapp war aber richtig knapp hier so sieht aber schon mal ganz ok aus an unsere stats aber da brauchen wir auf jeden fall noch ein bisschen bis wir auf die topliste kommen und ja so 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 ist auch gut ausodox wie ein großer wurm ein sehr großer also zsy ich zeig euch mal was. ich bin cool, ich kann die farbe wechseln so als kleinen Fisch wenn man so einen großen einfach alleine auffressen kann können wir schon auf die Top Liste ganz schnell kommen wobei man halt auch ziemlich schnell wieder sterben kann Hi wieder weg wechseln wieder so zum Beispiel da ist einer den wir versuchen können zu töten oder auch nicht irgendwie leckt der Server hier ein bisschen anderen nehmen wir mal die 14 damit hatte ich gestern ziemlich viel Glück das sind nämlich friendly also Freunde Server da kannst du dich mit Freunden gegenseitig treffen, schon ganz cool jetzt bin ich weiß jetzt bin ich weiß jetzt bin ich weiß jetzt bin ich weiß der Typ bitte anzukreisen oh mein Gott ja ja kleinvieh macht auch Mist gerade wenn man so ein kleiner oben ist braucht man sehr lecker reiche Sachen hu 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 max ähm ohne einen Kuh bitte play so ich mag das nicht wenn ich eine Kuh habe da ist jemand Max zum lücken zum lücken ist nicht Max rater dann hätte ich den einer schön auf die 12 gegeben das ist auch immer so interessant wie viel hier eigentlich so spielen zum Beispiel der wenn er dumm ist ich glaube mich bestimmt anzukästen und es gibt eine Technik und da muss ich ein bisschen größer sein wie diese Technik wirklich gut funktioniert denn man kann so eine Würmer sehr schnell kaputt machen wenn man diesen Kreis bewegt die ganze Zeit fährt und somit dann die Punkte sich knackt oh so sieht gut aus uuuhh nice 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 ok ok Es kann sehr schnell gehen, dass du von der Toplist runter gehst, weil ihr seht schon, ich bin schon sehr fett und da ist noch ein Wumm und das ist mein, das ist mein Flow, das ist mein Flow, das ist meine Strecke. Nein, aber da war ich dann, da war ich dann. Also ich hätte wieder auf die Topliste kommen können, schon alleine, dass ich alles geschafft habe, aber Max sieht hier ganz schön, oh, nein, ich gebe mir auch noch ein bisschen was. Wann noch, ja, ich brauche, ja, geil, nein, oh, damit habe ich nicht gerechnet, oh, mein Gott, oh mein Gott, damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Die ist auf jeden Fall auf die Topliste zu kommen. Nebenbei habe ich letztes Mal auch noch Musik angehabt, ich mache mal Musik an, denke ich mal. Ähm, ich will mal nur gucken, wie laut das Ganze wird. Ah, das sieht doch nicht so aus wie Betty-mäßig. Nein, okay, jetzt kann ich Musiker machen. Los geht's. Wir nehmen einfach einen anderen Server, weil der regt mich jetzt schon auf. Ähm, ich würde ihn gerne von gestern haben. 176 war das. Äh, das sieht doch gut aus. Das ist zwar ein anderer, aber das sieht doch gut aus. Oh, mir ist die Musiker ein bisschen laut. Uh, 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 uh. Okay. Es funktioniert gerade nicht. Es funktioniert nicht. Ich hoffe, das dürfte super sein von der Rollstärke. Vielleicht kann man noch ein bisschen höher. Ja, machen wir so. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus, als kleiner Wurm hier ein bisschen rumzugaukeln. Und da kommt schon ein großer Wurm. Cool, das ist der Wurm. Willst du mich flüssen? Oh, ich bin klein. Klein und lecker. Und hier sind nochmal Punkte. Und der ist auch nie mehr Punkt. Der bewegt sich, aber... Oh, ist aber gar nicht nur ein Tier. Der bewegt sich. Oh, da wird dich. Denn diese bewegenden Punkte geben, extra Punkte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den grünen hätten, würde es zwar mehr Punkte geben, aber vielleicht kann man den ja auch ein bisschen als kleiner, kleiner Wurm tüten. Zack. Wir kriegen ja hier eine Punkteanzahl, 86, 89, wir sind noch mal klein. Der Brunner, Leckerlis. Und nur mal Pellwimmel. Hier einfach mal stemmen. So. Na, das ist ja schon fast romantische Musik. Das kann ich nicht wahrsehen. Ich spöre mich mit den Leuten hier. Und kriege ich die romantische Musik. Hm. Ist natürlich schade. So. Nun, bitte. Dich, wutig. Hier nur irgendwie wegkriegen. Oh, schade. Das wird knappes Battle. Oh, schade. Da sind wir schon wieder zu klein. Ah, wir bräuchten einen Wurm, der stirbt. Damit wir auch für unsere Top-Liste kommen. Wir können natürlich jetzt auch einzelne Punkte hier einsammeln. Unsere leckeren kleinen Wümpchen. Die wahrscheinlich, äh, ja. Ähm, die gerne gegessen werden. Also unser Lieblingsfutter. Erdklumpen und Krüste. Oh, Flo, Flo, Flo. Uh. Zack. Ihr seht schon, war sehr knapp für mich. Und wir werden eine große Schlage. Oh, ho, ho. LOL. LOL. Top-Liste, Top-Liste, Top-Fraker. Drop-Fraker. Hier. Top-Fraker ist am Start. Los, los, los. Den Punkt wird es mal kriegen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Top-Fraker. Top-Fraker. Oh, mein Gott. Ah, Rang 4. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Einfach nur einzelne Punkte einsammeln. Ah, der hat 2000. Das ist gerade gestorben. Das ist super. Oh, mein Gott. Wir sind Top-Fraker. Wir sind Top-Liste, Leute. Top-Ten. Für kurze Zeit gewesen. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen länger noch Top-Liste. Wir sind eine große, lange Schlange. Da stirbt er schon wieder. Der eine. Und das ist schon mal schön. Wie folgt man diese Spur hier? Ob. Da ist schon ein kleiner Wünchen. Oh, Wünchen. Wünchen, komm hier. Komm, komm. Wir battlen uns. Hey. Okay. Okay. Du willst verärgern. Ich weiß, dass du ärgern willst. Aber ich gebe dir gleich hoch auf den Flössl. Und du. Los. Oh, okay. Oh. Das sieht super aus. Ähm. Wie wir hier alle Punkte einsammeln. So muss das jeden Tag laufen. Als Wurm hat man hier nicht viel zu tun. Aber man muss ab und zu Punkte sammeln. Also, guck. Ähm. Dreckklummen. Dreckklummen. Ja. Dreckklummen. Und diese dann anschließend irgendwas damit machen. Ja. Wahrscheinlich verzerren. Oder was weiß ich. Sieht aus ziemlich gut aus. Wir sind auf dem Weg zu Top-Liste für eine längere Zeit. Ohpala, der hätte mich down kriegen können. War mal nicht. Okay. So. Wenn er ja hier so schlau ist. Ah. Also. Das war schon ziemlich schnell. Ich wusste ja nicht, wie viel der beste Highscore hat. Er hat 3.000 irgendwas. Da können wir doch locker einwählen. Das kriegen wir locker. Wir brauchen nur einen Wurm, der gegen uns fährt. Oder einen Wurm, der noch down geht. Und schon können wir auf die Top-Liste kommen. Ah. Hoppala. So. Und. Hoppala. Ja. Und ein Wurm. Futter. Okay. Das sieht gut aus. Zweiter Platz. Aber noch nicht so wirklich lange saved. Obwohl das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ähm. Da holt aber schon jemand auf. Da holt jemand schon gewaltig auf. Ah. Das ist ein kleiner Wurm. Vielleicht kann der ja mir auch noch die Bogendücher haben. Ah. Komm. Komm. Da. Ja. Der benutzt meine Taktik. Hier. XXL-Taktik. Hoi hoi. Echt. So. So. Nein. Oh. Wie so tot. Ja. Wir waren Top-Flacker für kurze Zeit. Und jetzt kriegen wir auf nochmal hin. Wie gehen wir auf den Folgen-Server. Machen hier mal. Random-Play-Game. Oh. Yeah. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier fängt es schon mal ganz gut an. Ähm. Die haben schon weitaus mehr Punkte hier. 4000. Also wir versuchen in die Top-Ten zu kommen. Wenn wir das schaffen kriegen wir einen Keks. Wenn wir uns nicht schaffen kriegen wir einen Eisschritt. So. Wie sieht es aus. Punkte sind schon mal super am Stüssel. Und da ist ein Norden-Pink. Und da. Oh ja. Gut. Als Wohm haben wir ja nichts anderes zu tun als Punkte zu fressen. Jetzt müssen wir noch ein paar kleine Wohm-Kinder ausschalten. Und da sind wir am besten noch keine Ahnung haben von dem Spiel. Sonst sind sie down. Uh. Da ist ein Top-Flagger dabei. Uh. Hahaha. Der ist einfach so reingekommen. Uh. Das sieht gut aus. Na. Hm. Yeah. Nein. Oh. Darum will der Eifer abholen. Wieso ein kleiner Bully-Punkt. Und bewegt sich einfach. Mann. Das ist fies hier. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sehr filigran. Und hier ist eine Spur. Die können wir mal voll. Oh mein Gott. Der ist schön reingerast bei mir. Das fände ich gut. So. Wir sind ja hier jetzt auf einem Online-Server. Also heute machen wir jetzt kein Freunde-Server. Man kann natürlich, denke ich mal, auch auf den Server nachschauen. Die werden auch einfach nicht angezeigt. Und da ist noch einer. Super. Sieht auch schon super aus. 4.000. Der Beste hat 11.000. Und da haben wir. Und eine super cool. Sieht auch gut aus. Ab. 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 Aber der. 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 Versucht. Den besten Tricks. Hier. Um. Kleine Würmer zu killen. Aber das finde ich wohl nicht nett. Bin ich gar nicht. Und versucht einfach mein. Geilen Trick. Oh mein Gott. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wie nehmen wir uns umgehen. Hälfte. Okay. Okay. Das wäre knapp gewesen. Ach komm. Mach mal hier wieder. Rainbow. Rainbow. Six. Wie. So. Oh. Siehste. Uh. Wie. Wir werden nicht Topliste gekommen. Diese große Wurm einfach mal. So. Ein. Unfaires. Kind. so kleine punkte sagen naja ich glaube das was für den brot wir uns einmal geschafft auf die top liste zu kommen wir waren ersten platz was soll man machen wie geil ist das denn bitte wir waren auf der top liste top fläger die man auch den mummi ausgeschaltet kommt 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 eben um ausschalten das wärs doch das jetzt richtig das wäre richtig geil wenn man auch jetzt wo wir schon zum ende und nennen wurde deutschland video oder wir schreiben uns selber aus ja leute wenn es euch gefallen hat diese kleines video danach so nahm oder das bleibt schon bis zum nächsten mal